Ja hallo YouTube, hier der Axel aka Hüpfhuhn hier, beziehungsweise Dradinas nennt mich hier heute. Ich spiel heute mit Armitron, beziehungsweise Kevin, ja... Orion Dino Horde, weil er es nicht hinkriegt. Yay, du hattest was gesagt. Wir spielen Survival auf der Map Strike. Ja, die Randdaten so ein bisschen, wir haben 5000 Start Credits, Difficulty ist auf Medium. Wir haben eigentlich so ziemlich alles drin, was man haben kann. Ich würd sagen, wir starten mal. So, also, als erstes kann man mal, wenn man in-game kommt, das seht ihr gleich. Genau, jetzt kann man hier erstmal seine Klasse auswählen. Die Assault-Class ist so quasi der Krieger, der kann halt mit Jetpack rumfliegen und... Das werde ich! Ich fliege! Ja, Kevin wird fliegen. Ich werde die Support-Class spielen, damit kann ich Leute heilen und ihnen Ammo wiedergeben. Und die Recon-Class kann sich einfach unsichtbar machen und ist so irgendwie Bonus auf schallgedämpfte Waffen oder so. Ja, aber die Waffen, also die Special-Waffen, die du nur für Assault kaufen kannst, ist echt genial. Äh, für diesen Stealth-Fuck-Force da. Das ist richtig geil. Aktivierst du mal den Generator? Ja, bin schon dabei. So, den Generator müssen wir aktivieren, damit wir hier diese Interfaces benutzen können, um Waffen und Upgrades zu kaufen. Ich kaufe mich hier immer, habt ihr ja gerade gesehen, immer erst das Damage-Upgrade, weil man damit einfach mit seiner Pistole so viel Schaden macht, dass man gar keine andere Waffe am Anfang braucht. Vor allem hat man bei der Standard-Pistole, also bei den Pistolen, hat man unendlich Schuss und das ist am Anfang schon ziemlich praktisch. Sag mal, hast du eigentlich über das Load-Out die Schrotflinte eingepackt? Du kannst als Secondary Waffen, dann kannst du eine Schrotflinte einpacken, guck mal. Ja, da musste ich erst mal eine haben, du Honk, sonst hätte ich das natürlich schon längst getan. Tia! Tia! Ja, verballert da noch mal nichts, die du unendlich hast. Guck mal, jetzt seht ihr ja, das klappt nicht, dann über die Waffen. Alter, jetzt bleib mal stehen, du Honk. Nur keine Lust. Jetzt seht ihr mich jetzt nicht. Jetzt seht ihr mich? Ihr seht links unten, haben wir zwei Anzeigen, die untere ist das Leben und das ober ist das Schild. Wenn das Schild abgezogen ist, komplett weg, dann geht der Schaden direkt aufs Leben. So, hier kommen die ersten Zombies. Unsere Aufgabe... Stopp! 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 Ich kann nicht fliegen. Take the install, Take the fan, go. Take the hit and sleep now! Take the sure machine out. Der auch. Verschwinde nicht! Verschwinde nicht! Wollen wir vielleicht noch was zu unserer Person sagen? Ich mein, das ist ja gerade so unser erstes Video. Unsere Person? Also, ich will dazu mal sagen, Akten ist vollidiotisch. Und um das Ganze abzurunden, ich auch. Die sind beide irgendwie so schwarzfett und hässlich. Schwarzfett. Oh Scheiße. Nein, nein. Kleiner Joke. Achsel, ich muss mal ganz kurz meine Steuerung umstellen. Schütz mich mal. Ja, ich hab grad dir ans Knie geschossen anstatt auf das Viech. Ich hab aus Versehen mein... Aus Versehen deinem was? Mein Angriff auf irgendwas gesetzt. Mein Nahkampfangriff. Ach, das war ja meine Minifücher. Ja. Ja, jetzt hast du halt irgendwie mit, äh, Geld und so hinbekommen. Du Minifücher, ich mach doch eigentlich. Was? Oh, die Minifücher sind so nerven. Ja, die Leute müssen auch denken, was sind das für Folli-Toten. Ja, jetzt, äh, mal was zu unserer Person. Also wir sind echt fett hässlich und schwarz. Wir sind ultra fett hässlich und schwarz. Ja, jetzt halt das nicht fett hässlich. Nein, also ich bin 17 und... Ja, viel, viel beim PC. Macht, wir hatten eine Ausbildung. Jetzt lach nicht so behindert, das musst du auch noch machen. Das war keine Lachen, das war Schlafen. Ach so. Ja, gut, aber die Leute waren ja was mit uns zu tun. Mit zwei Vollfreunden, was wollen die noch wissen? Ja, okay. Also okay, damit das abgerundet ist zu meiner Person. Ich runde dich auch gleich ab. Ich runde dich gleich. Ähm, ich bin 19 und mach auch ne Ausbildung. Oh, ich hab auch noch ein Gefühl, wo er dann endlich fertig bin. Ja. Ich hab'n Führerschein, ich hab'n Führerschein. Ja. Sollte du das noch fahren können. Ey, ich kann fahren. Mit Drifts um die Ecke, ja? Ja. Nur das Bremsen muss ich noch fahren. Ach so, gerade nach vorne. Ja, neu. Ja, oder... Was kann man noch fahren? Wir haben das Flüchtig an uns beiden. Oh, schick! Ähm, das Flüchtig an uns beiden. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Ernsthaft? Was? Du bist so ganz tot? Nein, nein. Ich stand gerade auf dem Zoo um dich zu heilen. Okay, dann revive. Lalalalalalalalalalalalalala. Also, ich finde mein, dass wir bleiben zu beviven. Entweder man findet einen Stuhl, den man töten kann. Oder ein Kamerad findet irgendwo. Ah, nein! Scheiße. Ich bin aus dem Tee gekommen. Hey du, du hast was geschrieben. Ja, nein! Wir sehen uns morgen! Mal Enough! Vielen Dank.